Hallo, mach ich jetzt auch mal. So, was nehm ich denn diesmal? Du darfst nicht gucken, Aydaria. Was nehm ich denn diesmal? Hier gibt es keine schönen Farben. Wo ist das schönste Hose? Ah, da. Ah, heute sind doch eigentlich die Oster-Aja dran, oder? Und ist ja Oster. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Schade, dass es hier keine Hasenohren gibt. Ja, das hätte was. Irgendwie erinnert sich die Farbe nicht, aber es macht jetzt auch nichts. Ich bin fertig. Und so richtig fertig, ey. Bis gleich. Finio. Bis gleich. Bis gleich, ne, ich meinte Aydaria. Ach so. Ja, die hat mich gerade in meiner Butze hier besucht. In deinem Stall? In meinem Stall. Ja, sie ist Kellerkind, ich bin Stallkind. Ja, und ich bin... Ich sag zu meiner Bude immer Puff, also von daher. Oh, geil. Wollen wir tauschen? Ja, du, da passiert aber nicht viel. Tauschen lieber nicht. Okay. Ach so, ich kann ja hier breit klicken. Ich bin breit. Oh, yeah. Alles wartet mal wieder nur auf Mitchell. Äh, auf, wie heißt er? Aydaria. Genau, Mitchell. Und wie hast du uns dann verbracht? Ja, pff. Hä? Ruhig. Heute Morgen einfach bei meinen Eltern gewesen. Er hat also gegen Mittag auch schon wieder zu Hause gewesen. Hm. Ja, dann, wie gesagt, oben bei meinen Nachbarn gewesen. Da haben wir das erste Osterbier gezischt. Ja, geil. Ja, hat er auch gesagt. Siehst du, ich hab da gar nichts heute. Warte zu mir, wolltest du einen Kaffee oder ein Bier? Ja, ich nehm acht. Und dann hat er schon Bier hingestellt. Ja, komm, ist ja Oster. Ich sag, ja, komm. Ja. Also, äh, äh, ein Kaffee mit Grappa oder so, das geht ja. So ein Kapo mit Grappa. Ja, ich trinke ja nicht ganz gerne mal einen Kaffee. Aber wenn er mir auch ein Bier anbietet, dann sag ich, wenn er mir schon ein Dessert anbietet, dann nehme ich natürlich das Dessert, ist klar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich hab noch gar kein Bier getrunken heute, Eidavia, hab ich festgestellt. Prost. Okay. Dafür hab ich mir jetzt plötzlich die Jägermeister weg. Dein Ernst? Hier hast du schon weg. Uh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Uh, ich bin auf irgendein anderen Map hier. Oh, da hinten bist du, ich hab grad deine Hälfte gesehen. Hast du echt hier schon ne halbe Flasche weg? So. Na komm. Nein. Der andere ist erstmal nicht drauf. Das war gar nicht nötig. Äh, nein. Ich habe ein paar Gläser davon getrunken. Echt? Ja, nicht viel. Du liegst ja doof. Ich habe nur ein paar Flaschen getrunken, nicht viel. Nee, wirklich. Also da ist... Wie viel ist denn das? Ein Liter ist da drin, da ist vielleicht man gerade 900 Milliliter raus. Okay. Kannst ja machen, wie du es füllst. Du konntest... Huch, bin dafür. Wunderbar, wieso kommt der immer nicht jetzt noch rein? Weil wir lecker vor das werden, sobald wir auf die Plattform kommen. Echt? Ah, jetzt. Und wir zurückrollen. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Er hängt eigentlich diesen weißen Hut auf. Das aussieht wie so ein Elefant oder so. Oder soll das eine Maus da stellen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Kopfbedeckung. Ja, ja. Boah. So eine absolute Lieblingsmap von mir. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da für einen Hut auf? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich wollte was mit Ohren nehmen. Hast du ja auch. Ja. Wollte hätte das nicht direkt passieren? Kann das Mauseohren? Ich weiß das gar nicht. Ah, ich bin ja Erster. Huhu. Ja, das bist du, Frischers. Genau, was ist denn das? Maus? Ich weiß nicht, was das sein soll. Dabei ist Maus. Das ist aber mies. Nein, nein. Oh Gott. Gut, man darf da dran landen. Nein. Yo. Paar. Ich habe noch ein Paar geschafft. Das wird doch nie was. Oh, nein. Wo muss ich denn hin? Du siehst aus dem Kobold. Äh. Ein Gremlin. Äh, was ist das? Ey, komm, du bist die falsche Richtung. Genau. Ah. Ein Gremlin. Gremlin. Gremlin, echt? Meinst du? Ja. Kobold oder Gremlin. Das sieht doch nicht nahe, äh, Tierohren aus. Nein, oh, leck die Klo, Frau, du. Hui. Ah, bin ich letztes? Nee. Weiter. Oh, aber ganz enge Kiste. Wieso habe ich denn da so verkackt? Wurste nicht. Oh. Wie er einfach mal so asiert und da immer noch wartet, ey. Ey, so ein kleines mieses Arschloch. Bitte? Ich habe das gerade akustisch. Ein kleines, dreckiges, mieses, fieses Arschloch, ey. Oh, ich bin der Erste. Noch. Welch Überraschung. Naja, die letzten Bader habe ich gewonnen. Also, ja. Ah. Nein. Nein. Oh. Danke. Sehr gern. Cool. Uh. Nein. Knapp. Nein. Nein, 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 nein. Oder? Oh. Also, das halte ich jetzt gerade echt Frisches zu verdanken. Der hat mich da so irgendwie hingestupst. Jo. Gerne. Sehr schön. Nein. Nein, 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 nein. Das ist komisch. Piep. Piep. Angestupst. Ja. Ja. Ja, noch drin. Jetzt wird er so wissen. Der kleine Gremlin. Nein. Ein kleiner fliegender Gremlin. Ach, bin raus. Gott sei Dank. Das war ja mies. Gern geschehen, äh, äh, Dini. Ja, danke, danke. Mal sehen, wie lang es anhält. Nein! Was? Miese Krams, ey. Das ist interessant. Boah. Und nein, ich meine, natürlich überhaupt nicht interessant. Hey, Fässringbogen. Naja, Arschlöcher freuen sich über sowas. Weißt du, ich bin selber so, ne? Ja, ich bin doch selber eins. Ja. Siehst du? Also, wo ist das Problem? Ach so, die Böden gehen weg. Das sind du nicht einmal runtergefallen. Ich verstehe. Huch. Huch. Ach, nö. Hier gibt es Bodenplatten, die einen hüpfen lassen. Ach, nö. Oh, wer war das denn? Ich war es nicht. Oh, nur Kacke. Ich habe Diggi weggeschubst. Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, tatsächlich. Ausnahmsweise mal. Wah! Wow. Ja, ich auch. Ey! Wah! Nein! Nein! Okay, die hat es mal echt in sich. Also, so unerwartete Sachen. Wah! Ist das gemein. Ja, ja, ja! Huh! Nein! Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin drin. Es fühlt sich gut an. Sommer. Also, ganz vorsichtig jetzt. Das würde ich aber auch nicht anders machen. Nein! Da klappt man ein kleiner armer Gremlin. Ja. Bin ich schon letztes? Ja! Endlich! Was? Okay. Wie er sich darüber freut. Ah! Das war ein Fakeloch! Oh! Nein, 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 nein! Das ist ein Fakeloch! Hä? Äh! Hä? Das rollt immer weiter zurück, das Loch. Ja, die sind jetzt noch einmal das Wort Loch, sagst du, ey! Das ist ein Fakeloch! Ey! Ja, jetzt kannst du, jetzt kannst du, meine ich, ne? Ja. Ne, immer noch nicht. Ey, was? Hä? Ey, das war bei uns eben auch so. Ja, ging das so weit nach hinten? Ja, ja. Zwei oder dreimal ging es bei uns, glaube ich. Nein, der war ein Pumpen! Ja, nein, der war wirklich ein Pumpen! Ja, nein! Nein, doch! Ey! Oh, 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 oh! Oh, Alter! Ey, das wird jetzt echt... Oh, nein! Oh, nein! Drei, vier, fünf! Zählen kannst du. Ich weiß. Ich weiß. Nein! Ah, ich verstehe. Nein! Äh, ähm, 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 hi! Äh, äh? Ähm, ähm... Okay. Ja, ja, ja! Oh Gott! Alle mit drei! Halten! Pfleger! Hä, erst mal alle die Lage abschicken? Nein! Albatross! Buddy! Nee, wieder zwei, drei, vier! Ein, zwei, drei, vier! Okay. Ja, nein! Oh! Nicht mal was gemacht? Hallo, hallo? Oh! Okay, nicht stehen bleiben. Hier ist alles möglich. Das hätten wir wohl hinfahren können. Wegen dieser Scheiße, ey! Warum bin ich zur Seite gekullert? Warum... Bin ich mein Letzter? Ja! Wie er sich freut. Aber, aber dafür gewinnt Diggi das erste Mal. Nein! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier... Nein, ist das gemein! Ähm... Hä? Hä? Ah! Unter uns! Wah! Ähm... Dankeschön! Nein! Nein, 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 nein! Uh! Uh! Hoch! Eieiei. Uiuiuiuiuiui! Hey... Da ist es ja mal eine Mappe. Show. Hat aber was. Macht aber Funny irgendwie. Macht Funny, Alter. Richtig Funny. Besser als dieses Ganze... Durch irgendwelche Wirbel, Tralala, Uff Tata, Schieß mich tot. Da kann ich aber nichts mehr... Ich weiß leider nicht jede Map auswendig. Ich weiß, ich glaube, ich kenne tatsächlich nur zwei von den ganzen... Ist das gemein! ...Maps. Hey! Ja, nein! Ist das nice! Hoch! Ist das nice! Nein, 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 du Arsch! Du Arschpille! So ist? Nein, nein, nein! Auf wen warten wir eigentlich noch? Halt die Flasche sein. Jetzt sind grad auf uns beide. Der Letzte sollte lieber still sein. Dann sei doch ruhig. Wieso? Ich bin ja nicht Letzte. Noch nicht. Oh, das zieht doch wieder nach. Ja. Aber ganz gewaltig. Das ist das Falsche. Oh, Mann. Wie abgeht, Alter. Hä? Ja? Ja. Ja, er ist halt schadenfroh. Nein, ich find die wärme einfach klasse. Nein, überhaupt nicht schadenfroh. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja nicht schadenfroh. Ey, ich sag jetzt schadenfroh. Nein, ich verstehe diese Map einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Du, da sind wir schon mal zu zweit. Warum komme ich denn da nicht rüber? Also man kann auf jeden Fall nicht springen. Hä? Was war das denn jetzt? Ein Bucking. Nope. Ich möchte jetzt gerade gern ihren Gesichtsausdruck sehen. Ich gucke in Stream. Wollte ich gerade sagen. Ja, habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht dabei. In dem Laufen wir uns dann. Oh, der Letzte sollte jetzt aber wirklich still sein. Oh, es kommt sowieso noch härter. Für uns alle. Ach, ich habe es kapiert. Ich nicht, aber es hat trotzdem geklappt. Jo. Ich habe es kapiert. Echt? Ja. Hä? Wieso? Jetzt muss ich das Ding nur noch drehen. Ja. Falsch. Hä? Wieso gehst du daran durch die Maul? Hä? Hä? Loch 17. Loch 14. Loch 16. Hä? Loch 16. Das sind alles Löcher. Und man muss ja wohl ins Richtige, oder? Ja, sind wir ja schon. Und nicht in irgendeins. Nee, deswegen. Ja, wir sind schon im Loch. Ja, siehst du. Hä? Ja, ich... Ich kann ja nicht in das Loch für 14 gehen. Nee, dann geh doch in das Richtige. 15 sind was. Oh Mann. Ja, da versuche ich ja hinzukommen. Voll Dödel. Ich habe das gerade nicht so richtig verstanden. Aber ich verstehe nicht. Hä? Ja, das Ding muss sich doch drehen. Du kannst hier auf der Map nicht sprengen. Das Ding muss sich hier drehen, der Kasten. Ja, ja, schon. Und ich kann ja nicht, wenn wir Loch 15 haben, kann ich ja nicht ins Loch für 16 gehen. Nein, nein. Dann ist doch klar, dass man rausfliegt. Ja, natürlich. Das Problem ist, wir sehen halt was ganz anderes als du. Weil bei uns öffnen sich andere Sachen. Oh, Sakata! Achso, und springen kann man nicht? Nö. Okay, ich verstehe. Ey! Oh Mann. Gut gemacht. Verwirrend, aber gut. Hä? Ah! Wusa! Bin ich erster? Nee. Wart! Wie viele Punkte hast du denn Vorsprung? Wer ich jetzt? Ja. Äh. Ah, nope. Okay. Alter, fast ein Hole in! Oh, bei alle anderen... Alle drei zwei, wollte ich sagen. Dass ich mal eine Stimme überschlagen. Das macht doch nicht. Bist du noch da? Ja. Nee, sieh. Die ist so ruhig. Das ist ein gutes oder schlichtes Zeichen. Meistens ist es ein schlechtes Zeichen. Oh, hauaha. Bin drin! Wer noch? Oh, jetzt läuft es wieder schlecht. Also ist doch alles wieder gut. Ja, aber du hast gewonnen, Alter. Das kannst du nicht mehr verlieren. Oh, glaub mir. Bei mir ist alles möglich. Nee, ist das letzte Loch. Ach so. Ja, natürlich. Das gewinnt. Gewinnte. Gewinnt. Herzlichen Glück, Strom, mein junger Padawan. Oh, Australien. Ui. Oh, Norway. Norway. No way. Ich glaube, ich habe so einen Samurai-Helm bekommen. Oh ja, der ist toll. Was? Und wie gefällt euch mein Ball? Wunderschön. Ja, ne? Ich finde deine Bälle aber auch ganz nice. Ui, danke. Ach so, Taschentuh, ja, das geht. Ja, natürlich. In Rügen. So. Da steht ein Pilz im Weg. Und es empfiehlt mir deinen Pilz. Mal hin. Ah ja. Ah. Bist du eklig. Bist du eklig, ey. Wieso? Bist du eklig, ey. Hä? Boah, was? Wie sieht da hinten? Boah. Boah. Was hat er denn gemacht? Das siehst du gleich. Das ist ja... Furchterregend. Gib mir 56 Kräuter. Gib mir 100. Oh. Huch. Einmal überkreuzt. Ja, wie will ich denn da jetzt hinkommen? Nein! Ich bin so dumm. Wo bist du denn da drin? Ich glaube, da sollst du nicht rein. Ja, ich glaube auch nicht. Da kriegst du auch Bock, ey. Ich hätte ein Birdie. Oh, ich sitze eine Stunde schon. Die Mucke, ey. Ja. Bestimmt. Eieiei. Na, wo ist denn hier der Haken? Das war, dass... ...da durchkommt. Das war falsch. Ich bin in der Hülle gelandet. Nein! Hexenverbrennung. Ich hab's geschafft. Ich bin drüber weg. Ja. Was ist das für eine Mucke? Nein! Ja, 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 ja. Birdie. Kein Birdie. Ach, meinst du... Ach, meinst du... Nein! Oh, leck mich doch am Popokatte, Peter. Popokatte, Peter? Meinst du so einen schönen rosa Ball? Ja. Mit so einen Hut? Ja. Ja. Ganz edel. Ganz leider liebst, oder? Mhm. Aber auf jeden Fall. Bitte. Echt, darf ich machen mich mal schick für euch? Oh, bitte. Und erlass uns das nächste Mal. Ey, da hab ich extra meinen besten Hut ausgekrampt. Weißt du? Wer bist du eigentlich da oben? Was? Wer? Du. Huch. Huch. Da hier jetzt reinzukommen, will ich durch jetzt... Danke! Nein, das ist kein Erd. Oh Gott. Und ich hole erstmal ganz gechillt komplett wieder zurück. Yay. Oh mein Gott. Alter, dieser Ball tut echt weh in den Augen. Ja, ne? So, ich brauch nochmal einen Hörner-Whisky. Denk gut. Alter! Wer hat denn diese Fusse gesehen? Ach, ich... 28 Horsepower. Liebe das Leben. Lang. Immer, ja. Immer der Nase nach. Genau. Nein, nein. Ist das gemein. Nee. Hier hat sich fast geschlossen. Ah, jetzt. Das sind so Maps, die ich nicht mag. Hä? Wo muss ich denn hin? Ah. Far, far away. Warte, bleib da liegen. Oh, schade. Wollte ich gerade anschubsen. Nein, wollte er nicht. Doch, wollte ich tatsächlich. Nein, wollte er nicht. Doch, tatsächlich. Du weißt ja, du wolltest nur deine Donuts verteilen. Nein. Deine Donuts. Rollen, 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 rollen. Nein! Oh, bleib liegen. Bleib liegen. Im besten Fall nicht ins Wasser fallen. Ja, das geht auch für dich. Ja, ja. Ich meine ja eigentlich mich damit. Ich habe selbst Gespräche geführt. Ah. Wie immer. Wo sagt ihr denn schon ganz? Fast am Loch, glaube ich. Ja. Digi muss nur kurz vor meiner Nase hier verschwinden. Ich gebe mir die größte Mühe. Hat da mal trotzdem nichts gebracht? Äh, nein. Oh, nee, du. Oh, Hans. Ich will wieder die Runde davor hauen. Ich will wieder die Runde davor hauen. Ja, aber ich möchte dich dann immer hinter diesen Kackdingern. Wieso haben wir nicht abgekürzt? Keine Ahnung. Äh. Oh. Das war da ganz hoch. Ja. Das war ja einfach. Ja, ne? Hätte man mit einem Hole in One schaffen können. Warum hast du das nicht? Und weil ich daneben gelandet bin. Wieso nur? Weiß. Das sah so gut aus. Bin ich bei dir. Yay. Ja, 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 sauber, geiler Typ, ey. Geht, ne? Hätte auch beim ersten Schlag sein können. Ich bin ja ein letzter. Ja, mit einem Punkt aber nur bei mir. Also, bleib liegen. Was solltest du schaffen? Toll. Oh. Wie soll ich das denn jetzt machen? Winnie. Ein Paar. Nein. Das gibt es doch nicht. Ich hätte auch liegen bleiben können. Das wäre lustig gewesen. Für wen? Für mich. Äh. Oh, haben wir gleich Stand, Diggi? Könnte jetzt gut sein, Junge. Oh, alle drei haben wir eine drei hinten. Äh, danke. Oh, was? Das war etwas zu viel. Nicht für mich. Ach, Ben over. Ah, okay. So hoch wie möglich würde er nur da oben landen. Äh, ne, ich glaube, oben darf man nicht landen. Ah, doch, kannst du oben landen. Ah, okay. Ich verstehe. Also, eigentlich musst du drüber weg. Deswegen up and over. Ah. Nein! Doch, doch. Nein, guck mal. Ich weiß nicht. Kann ich den Ball wechseln? Ah, da, guck an. Boah, die hängt auf halb acht, die Hexe. Wie nennst du mich? Du hast doch einen Hexen. Hä? Ah. Ah. Ah, ich verstehe. Bist du angekommen? Ja. Ich hasse so etwas. Ja, du musst auch richtig ziehen können. Oh ja, da kommt er. Eins. Komm schon, schneller. Yo, geiles Ding. Ach, joa. Ah, okay. Ich verstehe. Wah! Nein! Ich bin auf dem Grasen. Grasen. Uh! Nein, nein, nein! Verhungert. Nein! Bleib ich jetzt hier liegen? Nee. Jetzt. Pusa! Okay. Uh! Da, alle schaffen es und ich fliege auf die Fühle in dieses verkackte Wasser, ey. Yo. Lapp liegen. Ah, okay. Ach, komm schon, ey. Jetzt bin ich ja blöd. Nein! Ah, ja. Yes, it is it. Yes, it is it. Nein! Das war das knapp. Nein! Jetzt ziehe ich ja ganz gut. Oh. Nein, 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 nein! So! Du! Wai! Wer war das? Das war so gemein! Du hast mich weggeschubst! Nein! Ist schon jemand drin? Ja, Diggi. Ah, ich auch. Nein, auch das wäre so schön gewesen. Ja, auf jeden Fall. Nein! Nein! Hey! 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 Oh! Oh, in 4, folks. Mhm. Ich in 3. Ich weiß. Ich in 10. Ich in 10. Nee. Oh, in 5. Ich nicht ganz. 5. 5. Die Hälfte davon. 4. Äh. Ah, ich verstehe. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh. Ah, okay. Ich verstehe. Nein, bin ich dumm! Wenn Dummheit einen Namen hätte, würde er jetzt Michael heißen. Dann bleib doch da liegen. Upsa. Jetzt liege ich aber blöd. Vielleicht. Vielleicht. Und bleib denn da oben nicht einfach liegen. Vielleicht. Ah, okay. Ich bin drin. Bleib, 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 bleib! Oh, ein Dario auch. Was? Nee, ich bin nicht dran. Nur jetzt? Ja, jetzt! Ab Schläge! Aber eben nicht. Bin ich schon wieder einen rangekommen. Vier Punkte trennen uns. Nee. Aber Digi, du kriegst es doch auch gut hin, ey. Eigentlich nur zwei Räume. Hab ich auch nur dreimal vorher verkackt oder so. Oder viermal. Klar, aber ihm öffnet sich die Scheiß-Tü, ne? Nein! Okay. Hä? Okay. Okay. Oh ja, leck mich. Was? Ich hänge fest. Jetzt. Pusa! Nein! Du hast! Ey! Wieso? Du hast mich angerammt, ja? Du bist da plötzlich aufgetaucht! Also wirklich. Also unverschämtheit. Ja, du bist da einfach aufgetaucht. Entschuldigung, dass das gar nicht in deinen Plan gepasst hat. Puh! 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 Ja, du hast dich ans! Ich sag. Ja? Puh! Äh! Nein! Oh! Denk war schlecht. Hä? Denk was schlecht. Das ist ja doof! Wer war das? Ich nicht. Was denn jetzt schon wieder? Nein. Ey. Ey, du Wichser. Ja, und nun? Einfach irgendwo hinmachen. Ah. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, müsste. Jo. Kriegst du Bock, ey. Okay. Oh nein, da liegt es ja gemein. Ah doch, geht. Alles gut. Oh, das war daneben. Jetzt aber. Ja. Super. Sie ist schon jeder so verdächtig, ruhig. Das ist nicht gut. Ich glaube, sie ist der Imposter. Ach so. Hä? Oh Gott. Was ist das? Was muss man denn hier machen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Bist du schon durch, Aldaria? Sehe ich so aus? Äh, 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 äh. Ah, okay. Oh, nee. Das ist so. Jeder einfach drüber schaut. Aber hier passiert nix. Ah, doch. In dem Trichter. Boah, Trichter saufen. Was ist das? Denkst du, du hast nur an Alkohol, ne? Oh, nee. Manchmal auch an Bier. Äh, ist da kein Alkohol drin, oder was? Jetzt verkacke ich hier, ne? Da brauche ich hier unten nur drei Schläge. Glaubt ihr das? Ja. Oh, Aldaria kommt. Ja, genau. Ich bin auch verhungert. Zweimal. Ist doch ein Schmarr, ey. Ja, doch. Ein Verbildsch. Und da war ich da schon unten, da. Ne, wo? So, okay. Man sieht sich auch mal, wenn man anfangen, ist mir so egal. Ja. Wah. Und dann? Ja, das frage ich mich da auch. Hä? Das kann doch nicht richtig gewesen sein. Nope. Doch, da hinten ist doch das Loch, oder? Nee. Wir würden es denn da rüberkommen. Also, ich komme hier relativ weit, aber ich bin falsch. Hä? Ja, ich auch. Hole 18. Wo ist denn hier hole 18? Hä? 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 Verpassen wir hier irgendwas? Eine sehr gute Frage. Ja. Reft, leaving in 10. Das ist Loch 4. Hier bin ich falsch. Reft, leaving in 10. Man. Auf Schiff, auf Schiff kann ja auch nichts sein. Wie kommst du denn hin? Ne. Hä? Gut. Und wir kuddern runter. Hast du es geschafft? Nö. Ich weiß ja nicht, wohin. Ja, ich... Oh, jetzt sehe ich genau da, wo ich eben lag. Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Ich bin im Wasser. Ja, ich auch. Digi hat sie verpiebelt. Ich bin noch so... Ähm... Was ist das denn jetzt? Ähm... Jetzt kommt sie wieder zurück. Hallo? Was ist mit mir? Hallo? Äh, bin ich raus? Ich bin raus. Ach, Renault of Time. Ah. Ähm... Jo. Oh, du hast noch 5 Sekunden. Ne, Renault of Time. Ne, 0. Ähm, ja. Sinn? Keine. Ich hab gewonnen. Also, das war ja mal... Geile Map. Daumen hoch. Was? Subi. Geht noch was? Was? Machen wir noch eine? Ja. Ja, ich würde sagen, eine können wir noch. Ey, ich bin voll geil, Alter. Soll ich dich erlösen? Was? Ne, mach noch eins. Nein, du hast ja gedacht, du bist... Ja, gib mir 18. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh, Fässchen. Nein. 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 Warum verhungern wir denn? Wir haben das doch gar nicht verdient. Ich? Nicht. Nee. Juhu. Bin drin. Nein. Oh, bei den vier. Die Armee, du. Die Armee? Nein. Was ist denn die Armee? Die Armee. Armee. Die Armee. Die Armee. 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 Hallo? Armee. Armee. Die Armee. Armee. Ach, sowas ist ja schon wieder Ich bin drin, ein Igel Nein Ah, okay, ich verstehe Igel Ein Igel Ein Igel Ein Igel Igelot Ich bin ein Igelot Oh, scheiße Oh, scheiße Das ist aber fies It's a mini fies Igel Ist ein Fies Ui, Burry Burry, 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 Cokes Da ist das Ding Burry, Cokes, Burry, Cokes Wer ist ein Cokes? So, wir haben Deutschland hier So ein Tag So wunderschön wie heute 20 Stunden So ein Tag Warum bin ich wach? Ach, du grünes Ding Oh, ich verstehe Huch, was mache ich denn hier mit meiner Deck? Ich schwitze Das darf nicht wahr sein Ich riech nach Schwitz Schwitz Ja Im Aufbruch der reifen Frauen Was kann ich denn tun? Was? Sag mal Scheiße Ist das wieder die Zeit, wo es eklig wird? Oder was? Ja Ich merke das schon Ich merke das schon Ja, nein Ich habe ihn nicht erinnert Oder? Wer gewinnt denn da? Nein, noch nicht du Meinst du nicht? Ja, du hast einfach nur unverschämtes Glück Nee, können Das ist kein Können Du hast in deinem Leben bisher immer nur Glück gehabt Nee Doch klar Nee Dann wärst du ja nicht mit mir zusammen Jetzt sag nichts Falsches Oh, 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 oh Das ist ein hartes Geschütz Loch Nummer 7 Boah, ein dieses kleine, miede, dreckige, ne? Hä? Boah, 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 boah Das geht, ne? So, baue ich so? Oh, passt schon. Ah. Oh! Juhu! Who in one? Das ist nicht dein Ernst. Ja. Ego. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich seh gar nichts. Ich seh gar nichts. Ey! Was hast du denn da gemacht? Boah! Sag mal. Oh Mensch, wer gewinnt denn da? Ich glaub der Hund muss mal cutten. Nicht nur der Hund. Juhu, who in one? Wie oft hast du den Knäpp schon gespielt? Das erste Mal grade. Glaube ich. Oh, er auch. Natürlich. Sag ich natürlich. Oh, der Hund ist weggegangen. Oh oh. Das bedeutet nie was Gutes. Okay, sie sitzt. Oder sie klaut wieder auf Katzenkacke. Nee, sie sitzt. Wovon wir gleich vollgeist, muss ich auch einmal schnell mit dem Hund. Und dann hätte er klappen können. Bei ihm klappt es natürlich. Ja, natürlich klappt es bei ihm. Natürlich. Ich bin nicht. So schön. Dein ganzes Leben besteht aus Glück. Glück. Oh, ein Kater ist da. Ich dachte grad der Hund berührt mich. Ist nur ein Kater. Ey. Das ist doch Glück. Oh. Oh. Das war zu weit. Äh, ja. Oh. Das ist jetzt doof gelaufen. Nein, 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 nein. Uh. Yo, Birdie. Warte, bleib da liegen, Digi. Okay. Danke. Nein. 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 Ich finde das echt so sozial, wie du dich immer aufopferst. Das muss ich ja mal zugeben. Das war doch nicht die Möglichkeit. Oh. Da war ne Kante. All in one. Jetzt werde ich letztes wegen so ner Kacke. Du glaubst das? Komm schon. Komm. Ja. Ufa. Hufa. Hufa. Was ist denn der Hufa? Hufa. 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 Zina. Oh. Oh. Wah. Ah, okay. Ich verstehe. Wieso liegt ihr da? Hä? Ja. Hä? Ich komm auch gleich. Die Armee kommt noch. Die Armee kommt noch. Die Armee lässt auf sich warten. Im Ringerei. Ja, wir haben grad einen Ausflug ins Grüne gemacht. Ein Klassenausflug. Ein Klassenausflug. Nee, oder? Ja. Hui, die Bombe fällt. Das Bömmchen. 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 Jawohl, das kommt kurz weg. Nein! Das ist gemein. Ah doch, ich hab's geschafft. Ich dachte eben noch. Ich auch. Ah, okay. Alles klar. Bin ich hier richtig? Bleib doch mal liegen, du Arf! Da. Bin ich hier überhaupt richtig? Buddy! Ich bin hier falsch! Keine Ahnung. Ich war hier falsch! Ja, du musst hier runterfallen. Hier. Zack. Buddy. 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 Einmal noch ein paar. Buddy. Buddy. Ach so, einfach. Ja, das ist ja easy peasy. Und ich spring ganz nach da hinten über die ganze Map rüber. Weil ich dachte, Fallschirmeinsatz. Fallschirmeinsatz. Ach so. Das war der falsche Einsatz. Das war der falsche mit dem Fallschirmeinsatz. Ah, hier war ich eben schon. Hier war ich eben schon. Das ist toll. Ah, dann kennst du das ja schon. Okay, das ist wiederum gut. Jetzt scheiße. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ja. Okay. War ein Millimeter zu weit. Komm schon bitte, bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Fischus lassen wir mal dann falsch hier. Jo, da ist er. Dankeschön. Aber ich habe eine Bruchlandung hingelegt, musst du aufpassen. Ja, ich auch. Das ist alles, alles. Oh, jetzt schafft er es. Nein, ist das ja gar nicht. Digi, und was schaffen? Oh, das war zu Schlag. Äh, Flasch. Zu Schlag. Was? Hast du diese Nähte? Sag mal, habe ich 56 Kräuter intus, oder was? Ja, jetzt hat er es. Ja, mit 6 Punkten, ja. 7 Schlägen. Fork. Fork, 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 Fork. Darf doch nicht sinnen. Nein, 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 nein. Nein. Weißt du? Zwei Rollen runter. Scheiße. Einer schafft es mal wieder. Natürlich. Ich bin der Beste, der toll ist. Ich kann alles. Ja, natürlich. Oh, du bist da runtergefallen. War das so ein Vulkan? Bleib da liegen, Digi. Oh, schade. Nee. Bleib da liegen. Du weißt du, ich habe auch ein Tor verloren, weil ich Digi geholfen habe. Stimmt. Du Honigdings. Du Honigdings. Wer, wer? Du. Du kleines Honigding. Warum? Du kleines, arschiges Honigding, ey. Ich nix Honigding. Honeymoon. Nee. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Oh, ich habe einen. Kakao. Du gehst. 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 Du gehst.